Wir sollten den Ausreiseantrag stellen. Ein Vorgeschmack auf die eigentliche Katastrophe. Ja, sieht ganz so aus. Ist er gut angekommen? Es ist meine Geschichte. Ich habe Freunde da unten und Kontakte kann mich verständigen. Ich bin ja näher dran als jeder andere. Du bist zu nah dran. Da ist nicht mehr viel Dunkelrot. Und sie wird alles vergessen. Ich halte das nicht mehr aus! Diese Wahnsinn! Gibt es noch irgendetwas, was ich für Sie tun kann? Wollen wir uns denn jetzt das Zimmer ansehen? Scheiße! Scheiße! Sie wollen auch nicht, äh. Haben Sie die Gesack mal wieder rauslassen? Anna, wie kann ich? Anna? Meine Lieben, dein Name. Ich komme gleich. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.